Hallo, liebe Deutschlernende! Wir haben ein neues Jahr, einen neuen Monat und eine neue Woche. Jetzt ist die perfekte Zeit, um neue Gewohnheiten zu schaffen. Jetzt ist es perfekt, um richtig anzufangen. Richtig anzufangen mit einer Sache, die du schon lange machen wolltest. Jetzt ist Zeit, all deine Vorsätze fürs neue Jahr zu implementieren. Jetzt ist Zeit, deine Ziele zu verfolgen. Schaffe neue Gewohnheiten. Tu das, was du dir auch vorgenommen hast. Rede nicht nur, sondern tu das, was du dir vorgenommen hast. Ich werde definitiv versuchen, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe große Ziele für Authentic German Learning. Es wird viel Neues geben. Lasst euch überraschen. Und ja, es ist wirklich wichtig, dass man nicht aufgibt. Dass man nicht sagt, ach, ich warte noch ein bisschen und dann mache ich es. Nein, fang heute an. Es ist die perfekte Zeit. Nicht nur ein neues Jahr und ein neuer Monat, sondern auch eine neue Woche. Alles fängt heute neu an. Also leg jetzt los! Ja, ich wünsche dir viel Spaß im neuen Jahr und viel Erfolg beim Deutsch lernen. Ich bin für dich da und sag Bescheid, wenn du irgendetwas brauchst. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen!